Okay, also, ähm, du hast bestimmt Durst, oder? Hier. Wo hast du das Recht? Ah, das hier. Aus Specialgeschäften der West Side. Das bekannteste Getränk aus Naos. Du kennst das? Fisibubbelach? Ne, 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 das sieht, ähm, nicht schlecht aus. Ah, versuch, versuch, ist wirklich gut. Versuch, nimm einen Schluck. Ist nicht mein Fein. Nein, wirklich?